Zehn Jahre Mainzer Oberbürgermeister. Am 18. April 2012 trat Michael Ebling das höchste politische Amt der Stadt Mainz an. Ja, man muss sagen, eine Polit-Profi-Karriere, wie sie im Buche steht. Er war Mombacher Ortsvorsteher, er war Sozialdezernent, er war Staatssekretär, er war Vorsitzender der SPD Mombach, er war Vorsitzender der SPD Mainz. Und jetzt hat er in dem Amt des Oberbürgermeisters seiner Heimatstadt so etwas wie seine politische Erfüllung gefunden. Das sieht man, wenn man ihn sieht, wie er durch die Stadt läuft, seine Art aufzutreten und sich gesellschaftlich zu vernetzen oder zu geben. Das entspricht auch schon der Mainzer Lebensart nahe beide Leute. Und das gibt ihm ehrlicherweise auch die Möglichkeit, seine politischen Erfolge, aber auch seine politischen Misserfolge gekonnt zu moderieren. Blicken wir auf die positive Seite. Michael Ebling steht als politisch großem Erfolg zum Beispiel die Umsetzung und Realisierung der Mainzelbahn. Unter ihm sind in Mainz aber auch große Wohnquartiere wie der Zollhafen oder aktuell das Heirich-Kreuz-Areal entstanden. Man muss allerdings auf der Schattenseite auch sagen, seinen Politikstil kann man auch so deuten, dass er für Stillstand in der Stadt steht. Seine größte politische Niederlage ist mit Sicherheit der Bürgerentscheid gegen den Bibelturm. Das hat auch noch viele Jahre danach nachgehalten. Und ja, man muss sagen, man kann sich auch die Leerstände in der Stadt angucken. Man kann auch über die fehlende Digitalisierung und die fehlende Schlagkraft der Verwaltung sprechen. Das sind sicherlich Dinge, die ihm nicht so gut gelungen sind. Die Voraussetzungen jetzt für seine restliche Amtszeit bis 2027 sind allerdings komplett andere. Durch die Gewerbesteuereinnahmen von Biontech verfügt er jetzt über ganz andere Möglichkeiten der Gestaltung. Er kann Projekte angehen, umsetzen. Dabei ist nochmal herauszuheben, dass die Umsetzung oder die Realisierung der Rathaussanierung im weiteren Verlauf sicherlich ein Gradmesser sein wird, den man immer mit seiner Amtszeit verbindet. Erst dann kann man nochmal eine quasi Gesamtbilanz ziehen, was bleibt hängen, wie waren dann am Ende 16 Jahre Michael Ebling als Oberbürgermeister. Bisher kann man sagen, er ist Politprofi, er hat vorangetrieben. Es ist auch in diesen gesellschaftlich schwierigen Zeiten nicht verkehrt, jemanden an der Spitze zu haben, der verwaltungsmäßig sattelfest ist und der seinen Mann steht. Aber, das darf man auch nicht vergessen, er hat durchaus auch ein bisschen was schon auf der Strecke liegen lassen und er hat Schwächen offenbart. Wir werden uns die nächsten Jahre angucken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.